So, Berufsverkehr gibt's nicht, Feierabendverkehr gibt's auch nicht, Wochenende gibt's auch nicht, Nacht gibt's ebenso nicht, individuell, unser Start ist 2 Uhr, und tagtet mal in 2 Stunden, wie hab ich's denn hier? Achso, ähm, so, hier hab ich's hier, 2 Stunden, Tag 30, und der geht ja auch noch von hier her, ähm, okay, dann muss ich hier noch Fahrzeuge kaufen, So, passt, einige Farbreite sind zu hoch, juckt mich nicht, oh, da ist nur Rot, hier, ähm, dann machen wir hier mal Grün, So, und dann machen wir wieder, äh, lila, belassen wir einfach gelb, obwohl lila machen wir noch, data, So, passt, das könnt ihr euch nicht mehr beschweren. So, passt, das könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Okay. Hier kommt die 12, soll ich gleich nochmal einschicken, ja, genau. was ist denn jetzt feierabendverkehr was ist denn hier nichts von mir dann gehalten das ne Ampel boah was denn da ist nix zu hoch das ist schon jetzt gehen da wieder ein paar rein die haltestelle fühlt sich so extrem schnell ich glaube das muss sich auf eineinhalb stunden takten jetzt passt mal auf das fahrplan seit eineinhalb stunden so ok fahrzeuge werden jetzt benötigt 11 gut reicht ja oder hier will niemand mitfahren linie 10 das ist die wo drüber geht ne und linie 11 kommt da auch und linie 12 kommt da auch ok jetzt ist ja nacht da will ja eh kein schwein fahren was kommt denn da 11 10 kann aber leider keine mehr aufnehmen das ist ja nacht das ist ja nacht das ist ja nacht Der braucht 9 und der braucht 11 Ja, ich glaube, ich optimiere mal das ein bisschen, dass da nachts nicht so viel fährt nachts Start ist 22 Uhr und Ende ist ja, keine Ahnung der fährt dann zweieinhalb Stunden beliebig ja, halt jetzt einmal so, wie lange geht es bis 3 Uhr? äh, ich hoffe und im 3 Uhr fährt einer, und im 4 Uhr 5 Uhr, 7 Uhr 7 Uhr weil, Nacht, das ist die Nacht, ok so, und enden tut das dann viel früher und zwar so durchgehend so, nach Berufsverkehr fügen wir ein um 7 Uhr um 7 Uhr 45 so und Feierabendverkehr Verkehr und das ist denn der nochmal da lassen wir den um 18 Uhr nochmal fahren so gut das ist noch ein das ist noch ein das ist noch ein das hat sich irgendwas an meine Maus getan ich glaube, der 10er, wir fährten der 10er am Tag einen Viertelstunden Takt ich glaube, der muss ein bisschen noch niedriger machen so und dann noch den Berufsverkehr dazu gerechnet und den Feierabendverkehr ich glaube, in der Nacht muss der auch nicht durchgehend fahren das heißt, ich kann starten ab 3 Uhr und enden um 22 Uhr so, dann machen wir hier die Nacht rein die beginnt natürlich um 0 Uhr oder um 23.30 Uhr und endet müssen wir mal gucken passt das so? ja beliebig ok Fahrzeuge in Einsatz damit bräuchte 12 ups ok wenn er 12 braucht, dann klickt er 12 boah, wir sind jetzt schon wieder zu niedrig, alter inilah auf auf auf